Guten Tag aus Hofheim am Taunus vom Zirkus Alberti. Tochter Josephine. Direktor Robert Frank mit seinen Friesenpferden. Harry Frank wirft und Nadja Frank steht an der Wand. Tochter Josephine als Luftakrobatin. Zwei Freunde die wunderbar harmonieren. Zirkus Publikum. Wir wünschen Ihnen allen ein angenehmer Ausweg. Und seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heiß. Horn am Bauch. Mariette Frey. Legieren. Zirkus Alberti. Lauf der Hochwein. Ihr seid mal fantastisch. Ein schöner Tag im Zirkus geht zu Ende. Danach gab es für die Gäste noch einige Soli mit Flügelhahn und ein Besuch im Stall bei Harry.